...so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Ich würde sagen, genau das machen wir als Querdenker gerade. Wir nehmen hier die Auflagen hin, obwohl wir es besser wissen. Wir tragen Masken, wir halten die Abstände ein, wir sind demokratisch und im Zweifelsfall halten wir auch die andere Wange hin. Ich denke, das, was Jesus damit sagen wollte, ist, dass es sich nicht lohnt, einen Konflikt aufzuschaukeln, mit Gewalt zu reagieren und es quasi mit gleichem Maß heimzuzahlen. Und genau das machen wir auch nicht. Wir bleiben friedlich, wir nehmen auch die Wasserwerfer hin, wir bleiben weiter eine friedliche Bewegung und eine friedliche Demonstration. Ja, dann spielen wir nochmal Musik.